So, willkommen zurück. Ich hab grad schon mal versucht aufzunehmen und irgendwie hat es da ziemlich gelegt hier. Ich hab dieses Wappen, was hier drin war, das war das D-Wappen, das hab ich nur hier eingesetzt. Dann ist die Tür aufgegangen und jetzt hören wir schon so merkwürdige Geräusche. Ich kann mir denken, was ist das? Genau, die Ritter. Die bewegen sich jetzt. Da müssen wir dann natürlich aufpassen. So, hier ist so eine eiserne Jungfrau, das ist ein Fahrstuhl. Ich mein, ich kann mich da noch dran erinnern, in welcher Reihenfolge man die betätigen muss, damit man auch wieder zum Ausgang kommt. Liegt denn hier noch was? Nein. Gut. Da auch nicht? Nein. So, hier ist nämlich so eine Wand vor und jetzt müssen wir erstmal diesen Hebel da betätigen. Ja, wenn sie es denn mal macht. Genau. Ja, da ist noch eine Tür davor, da ist noch eine Tür und da ist noch eine Wand, die jetzt hoch geht. Also, wie gesagt, ich glaube, ich weiß die richtige Reihenfolge. Wenn nicht, dann muss ich das halt nochmal machen. Dann wieder hochfahren. Ja, mit dem Handy. So, und jetzt müssen wir nämlich... Oh, ich stehe hier gerade so doof. Auf die andere Seite. Ja, der in der Mitte soll jetzt mal lieber zuschlagen. Genau. Und dann gehen wir hier rein. Ja, so. Ähm, ja. Machen wir mal die hier auf. Äh, nein. Hat uns das jetzt überhaupt was gebracht? Ah, okay. Na gut, dann fahre ich jetzt mal wieder hoch. Wenn ich jetzt den ersten Aufzug nehme. Und dann nochmal den hier. Das müsste doch passen. Ich weiß es nicht so genau. Bei meinem Glück werde ich jetzt sowieso getroffen. Doch, ne. Ich geh doch rein. So. Ähm, ja. Jetzt müsste ich den Hebel nochmal... Das müsste zu sein, genau. Den Hebel nochmal betätigen. Und jetzt muss ich jetzt nochmal zurück. Ich weiß nicht, guck mal, ob diese Tür da auf ist. Weil sonst kann ich ja eigentlich ganz einfach wieder zurück und da hinten rauskommen. Oder die ist jetzt auf? Ja, das ist gut. Dann erspare ich mir ein bisschen Weg. Warum läuft die nicht? Oh Gott, was kommt jetzt? Nichts? Okay, dann nicht. Ich weiß nicht. Willkommen, Elissa. Das war nur ein Dress-Rehearsal. Jetzt, die Show zu beginnen. Lichter, Kamera, Aktion! Dennis! Elissa! Stop! Hey, I'll do anything! Anything! Elissa, give us your beating heart, or else Dennis is going to be sliced and diced. Run, Elissa! Forget about me! Run for your life! Run! Run! Dennis! Silence! What's it going to be? Leave Dennis or donate your heart to us? The clock is ticking. Look at him! We need an answer! Yes! What's it to be? Und ich dachte schon, der Dennis wäre tot. Was haben wir denn hier? Entitätenbuch 5. Da fließt er wieder. Die Herkunft von Ralph und Jemima, den Geschwistern, die Lord Burroughs dienten, ist unbekannt. Man sagt, Lord Burroughs sammelte sie auf dem Schlachtfeld auf, beziehungsweise, dass sie aus dem Orient stammen. Nichts als hören sagen. Die Geschwister waren von Natur aus sehr grausam und man erzählte, dass sie die Folterer und Schlechter bei Lord Burroughs blutigen Fellzug waren. Sie legten eine spezielle Faszination für Klingen und besonders Scheren an den Tag und erfreuten sich grenzenlos daran, ihre Opfer lebend zu zerschneiden und zu zerstückeln. Als Lord Burroughs getötet wurde, wurden die Geschwister zu Tode gesteinigt. Da beide von der gleichen Entität besessen waren, erstanden sie gemeinsam wieder auf und wurden zu Untergebenen. Äh, gut. Warum sind wir hier? Was soll das? Warum? Warum sind wir hier? Was müssen wir hier tun? Jede Menge Bilderbücher. Großvater las immer viel vor, als ich klein war. Okay. Ja, und jetzt? Kommt man da hinten durch? Nein? Die Bilder hatte ich für Großvater Malte, als ich klein war. Großvater las mir immer vor, als ich klein war. Alissas Zeichnung. Für Opa. Heute habe ich ein Buch mit tollen Zeichnungen angesehen. Ein Wolf gab vor, Großmutter zu sein und fraß ein Mädchen auf. Es war so furchteinflößend, dass ich in Opas Zimmer ging. Denn Opa ist wirklich stark und er kann einen Wolf töten. Ich habe Opa lieb. Ich bleibe für immer bei ihm. In Liebe, Alissa. Ja, wenn die das gewusst hätte. Oh, ein Geheimgang. Wo führt der Geheimgang uns hin? Wer hätte gedacht? War hier irgendwas? Das sah gerade so nach Pfeil aus. Nein? Okay. Noch mehr Zeichnungen. Ein Bild, was man nicht angucken kann. Noch mehr Bilder. Gut. Dann gehen wir halt die Leiter hoch. Ja. 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 Verst painting drauf. Untertitelung des ZDF, 2020